Meine Botschaft an die Region, an die Menschen aus unserer Region, ist eigentlich eher ein großes Dankeschön, dass wir das so zusammen durchstehen, dass der Hofladen und der Online-Shop weiter so hoch frequentiert ist und uns das eben ermöglicht, weiterzumachen. Also wir sind wirklich auch im Miteinander sehr guter Dinge und sind oft erstaunt, wie die Menschen doch in solchen Situationen dann zusammenhalten und wie viel mehr dann auch bei uns ankommt an Menschen, denen wirklich was daran gelegen ist, dass die regionalen kleinen Betriebe weiter existieren. Hallo, ich bin Nico Kramer, ich bin Physiotherapeut hier in Neuropeen und habe eine Praxis mit drei weiteren Kollegen. Wir hatten aber auch viele Absagen, Patienten, die langfristig ihre Termine abgesagt haben und damit große Einbußen hatten. Wir sind in Kurzarbeit getreten und freuen uns jetzt sehr, auch über diese Gutscheine, über die Aktion, dass uns dort ein kleines bisschen weitergeholfen wird. Mein Name ist Elmar Fuest, ich stehe hier Stellvertretend für das gesamte Team von Freizeit mit Huskies. Das heißt, wir bieten Aktivitäten mit Schlittenhunden an. Es ist natürlich schwierig, wie für viele andere auch und wir müssen den Kahn flott halten. Das werden wir auch. Es ist mit sehr viel Arbeit verbunden, aber mit sehr wenig Einkommen. Unterstützung kann man auf jeden Fall immer gebrauchen. Auf der einen Seite ja Unterstützung aus der Region, dass sich Menschen Gedanken machen und natürlich auch 150 Euro, wenn wir mit dabei sind, helfen auf jeden Fall. Die müssen erstmal verdient sein.